Wir haben die Chance, dass sich die Kinder bei uns in der Mensa oder im Buffet wohlerfüllen als im Unterricht. Weil wir können mit einer Schmöchen und bei uns sind es keine Nummer. Wenn man jeden Tag in der Früh aufsteht und sagt, ich gehe gerne in die Arbeit, weil ich freue mich auf meine Arbeitskollegen. Ich bin 27 Jahre in der Firma, habe als Jungkoch angefangen und bin dann in Karenz gegangen und auch nach der Karenz war wieder im Buffet ein Platz für mich frei. Und wenn man mehr arbeiten will, funktioniert das auch. Wir sind ein großes Unternehmen. Man kann in einen anderen Betrieb wechseln, wenn man mehr Stunden will oder gerade nicht so viel Zeit hat oder es nicht passt. Wenn man will, geht in der ÖMBG viel.